Okay, dann hinterher. Okay, kann ich hier... Oh, Munizoren. Kann ich hier sehen, wo ich die Kerle erwischt habe? Drehe ich mal um hier. Kann ich denn irgendwie... Ja, ja, ja. Ah, den habe ich auf jeden Fall in die Schulter getroffen. Kann ich jetzt aber nicht erkennen. Nee. Ist auch egal. Auf jeden Fall ist er weg. Fight for what's yours. Ah, ja. Oh, hier flackert das Licht. Okay, wie willst du da jetzt reinkommen? Achso, hochhelfen, alles klar. Mach ich doch glatt. Okay, gut. Auf geht's. Okay. Gib mir die Hand. Ah, war immer wieder gerne. Ich bin schon Mordskerl, hä? Oh, was ist das jetzt? Die gute Tess hier. Oh, da rennen die Ratten weg hier. Wahnsinn. Warte doch auf mich. Warum rennst du immer so schnell weg? Hier ist nichts. Hier drüben, Joel. Ja, ja. Hier drüben, Joel. Guck mal. Ist schon schön. Die Abendsonne ist, glaube ich, gerade am Kommen. Beziehungsweise am Gehen. Was haben wir hier? Hm. Oh, Spencers. Oder? Ja. Spencers Computer Supplies. Uh, uh, uh. Hier durch oder höchst? Oh, also das ist ja schon erkennbar jetzt, dass hier wieder eine Schießerei losgeht. Wenn da ein Gelände so aussieht, dann wird es hier Ärger geben. Ist leider etwas vorhersehbar. Finde ich nicht so gut, aber gut. Ich will nicht meckern. Mehr von Roberts Leuten. Ja, ich sehe sie. Zwei von uns hat's erwischt, als sie Tess jagten. Ich bin sicher, dass sie und Joel hierher unterwegs sind. Jetzt, wegen Robert. Scheiße. Hätten wir den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Schnell und leise, Gaube. Nicht, dass hier wer rumschleicht. Tja. Okay. Sie macht's vor. Oh, shit. Ich muss hinterher. Weiter, weiter. Ja, ja, ich komm, ich komm. Lanna, ich mach's jetzt platt hier. Oh, komm! Nachdem du dir einen Menschen gegriffen hast, kannst du ihn für einen kurzen Moment bewegen. Lass ihn los! Ansehen, okay. Tutorial. Ergreife einen arglosen, betäubten oder niedergeschlagenen Gegner und benutze ihn als menschliches Schild. Wenn du einen Gegner ergriffen hast, kannst du ihn für kurze Zeit mit links umher bewegen, bevor er sich befreien kann. Drücke Fähig für ein lautloses Ausschalten, wenn du versteckt bist. Oder für einen aggressiven Kill im offenen Kampf. Dann drücke ich jetzt mal Fähig. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Okay. Pass auf! Oh! Fuck, fuck, was geht der? Schön, ruhig bleiben hier. Okay. Oh! Fuck it! Hau zurück! What? Okay, der ist zumindest mal so weit hinüber. Dann Schlägerei. Oh ja. Krass. Oh, Junge! Teil. Okay. Schlüssel! Okay, Lagerhausschlüssel. Select-Drücke zum Ansehen. Schauen wir uns um. Okay. Ich kann ihn mir ansehen. Wunderschön. Ach, die sind tot jetzt, oder was? Ne, ja, der ist auf jeden Fall tot. Den habe ich ja, glaube ich... Ne, der hat sie abgestochen. Fuck. Ey, die Test, die kennt wirklich nichts, ey. Ja, den einfach so abgemurkst. Wahnsinn. So, legt hier noch was rum. Die anderen Typen dürfen aber nicht tot sein, oder? Ich hoffe mal, die sind nur bewusstlos. Ich will hier nicht... ...tausend Morde begehen. Wo ist eh schon so... Oh, okay, der ist auf jeden Fall tot. Wo ist eh schon so... ...wenn ich Menschen auf der Welt gibt, würde ich sagen. Und die wollten ja auch nicht wirklich Ärger haben. Hat man ja gehört. Okay, ich schüttel mal wegen... ...der Taschenlampe. Okay. We have a key, but for what? Is the question. Test, geh mal kurz aus dem Weg. Dann kann ich hier noch weiter erkunden. Nee, jetzt nichts mehr. Okay, dann... ...nichts wie rein in die gute Stube. Äh, die Frage ist... ...ja, ich geh mal hier rein. Hallo, ist hier noch wer? Nicht, dass hier einer auf uns wartet. Ganz überraschend. Das wäre natürlich ungeil. Hallo. Okay, Energie, alles klar. Jetzt gleich genommen. Da habe ich kein Inventar für. Was ist denn hier? Alles Nützliches. Schön. Jede Menge Zeug. Special Cola. Hm. Okay. Also, wir haben es echt auf Robert abgesehen. Weil die Tess hier fertig machen wollten. Sehr unschön alles. Hier wird einem alles übel genommen. Aber auch zu Recht, wie ich finde. Batch. Denn wer die Frau hier abmuxen will, das ist natürlich... ...Gift. Für die Atmosphäre. Okay. So long. Tess? Okay. Für diese Tür habe ich wohl den Schlüssel. Okay. Wird die Monizur knappsuche nach anderen Überlebensstrategien. Toll. Okay, was ist das denn? Gut. Drehen wir nach einer Runde und gehen dann. Es ist gleich Sparstoff. Das ist mit Robert. Bei wem kriegt er heute uns? Okay. Dann mach dich ins Hemd, wenn er allein gebleibt. Was soll ich das denn machen? Was weiß ich denn? Okay. Ziegel und Flaschen. Verwende Ziegel und Flaschen, um ahnungslose Gegner abzulenken oder anzulocken. Oder wirf sie direkt auf deine Gegner, um sie zu betäuben. Betäubte Gegner können durch Drücken von Dreiecke gegriffen werden und sind gegenüber Nahkampfangriffen anfälliger. Wenn du ein Ziegel oder eine Flasche aufhebst, werden sie direkt in dein Inventar verschoben. Du kannst sie mit Steuerkosten nach unten ausrüsten. Okay. Okay, okay. Ah ja, klar. Waffe, Flasche. Oh shit, okay. Nein, ich will die Waffe mir bitte nehmen. Und dann. Tja. Okay, betäubt. Alles klar, er ist betäubt. Okay, okay. Shit. Oh, ich komme zu. Bam. Sucker. Oida. Okay, krass. Okay, da war die Kante. Nützlich. Der ist tot, oder? Würde ich sagen. Oh, du schießt der. Oh, oh, fuck it. Du Penner. Shit. Ist der hinüber? Scheint so. Oh fuck, da bin ich hart erwischt worden. Sind ja noch mehr. Man sieht es nicht. Oh ja. Jetzt habe ich, glaube ich, Aufmerksamkeit erregt. Das ist natürlich ungünstig. Für mich, für uns. Oh, was ist hier? Kuroma. 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 Oh Gott. Ach so, nachladen. Wäre mal nicht schlecht. Oh, oh Gott. Wo sind wir denn jetzt hier? Am Hafen. An der... Oh! Okay, okay. Uh! Schnell mal hier. Habe ich irgendwas? Nee, zum Werfen? Nein. Hm. Okay. Duck dich mal. Das war das Glück, dass er uns nicht gesehen hat. Keep driveway clear. Wo ist denn der jetzt hin? Also weg. Test, du bleibst mal hier, ne? Schön. Oh, was ist hier noch? Noch eine Flasche. Sehr schön. Okay. Ah ja, da vorne. Ich sehe schon. Okay, okay. Das mache ich jetzt mal so. Ich logge den mit der Flasche an. Und dann versuche ich ihn mal irgendwie zu erwischen. Kommt der? Ah, scheiße. Die Flasche war für den Arsch. Scherben umsonst. Wo ist der? Wo ist der? Er ist weg. Hat sich nicht anloggen lassen. Da ist noch eine Flasche. Nehme ich direkt mal mit. Okay. Halt der 2 gedrückt, um Jols Hörvermögen zu fokussieren. Alles klar. Weiter. Lange hier drüber. Everywhere. Okay. Bäm. Bäm. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Den habe ich hart erwischt. Jetzt werden wohl die nächsten auftauchen gleich. Oh ja, dahinten. Kommt, kommt. Achso, ich kann ja hier. Da ist er. Komm, komm, komm. Oh, scheiße. Okay. So eine Granate wäre jetzt nicht schlecht. Oh, man. Wo ist Tess eigentlich? Mag die uns nicht helfen? Oh, ich gehe nochmal kurz zurück hier. Rückzug, ein kurzer. Okay. Oh, da ist Tess, okay. Oh ja, okay. Alles klar. Ah, shit. Ah. Steuerung. Ich muss erstmal mit der Steuerung klarkommen. Oh. Okay. Ja, so. Scheiße. Erwischt aber. Erst nach dem... Keine Ahnung, wie viel ein Schuss. Shit happens. Komm, komm, komm. Tess hilft mir. Jetzt ist er aber hin. Ja, ja. Das, äh, werden wir doch mal sehen. Wo ist der? Ich kann ihn nicht hören. Bewegt sich nicht. Wo ist er denn? Wo ist der hin? Der wartet irgendwo und lauert. Der wartet irgendwo und lauert. Oh, oh. Tess? Tess, okay. Alles klar. Alles gut. Wo ist der hin? Wo ist der nur hin? Oh, da ist er. Tess, 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 Vorsicht. Kommt. Oh Gott, die läuft ja einfach durch. Okay. 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 Glaub ich nicht. Oh ja. Ui, krass. Also, Thema Gewalt ist, äh, sehr... Sie wären nur im Weg. Ja, das stimmt. Explizit, das Thema Gewalt. Los, zu dem Dorf geht hier lang. Okay. Mal locker bleiben. Ich will erst mal hoch und schauen, was da noch ist. Oder erst mal hier vor allem umschauen. Was hier noch ist. Ah, Flaschen liegen immer wieder da. Respawn-Flaschen, auch nicht schlecht. Okay. Was gibt's hier oben noch? Oh, Wahnsinn. Eine Druckeranlage oder was? Ui, grüne Farbe oder Chemikalie? Man weiß es nicht. Farbe. Das ist eine Druckerei hier. Ich seh schon. Ich seh schon, ich seh schon. Liebe Druckmaschine, hast du irgendwas für mich gedruckt, was ich aufsammeln könnte? Nein. Leider nicht. Oh, Ha. Was? Rhino Bell for Service. Ring Bell for Service. Rhino Bell. Okay. Das werde ich mal schön bleiben lassen. Okay, da unten ist Test. Wie will der weiter? Ich will aber erst mal hier umschauen. Oh, Ha. Voll, okay. Ich hab schon eine Flasche bei mir. Was ist denn dieses? Ein Medikit, okay. Ah, schau her. Medikit. Nehme ich doch gleich mal. Kann ich das irgendwie... Ah ja, okay, stimmt ja. Halten und dann verbinden. Okay, gut. Wunderbarst. Somit können wir voranschreiten. Danger for Storage, okay. Mal das Abgrasen hier oben. Accounts. Oh. Wahnsinn. Ah ja. Oh, ein Messer. Oh, was für eins. Wahnsinn. Das ist ein Messer. Messer. Ein Messer ist eine lauter Waffe, mit der du Gegner schneller und geräuschloser ausschalten kannst, als mit Erwürgen. Schleiche dich von hinten an einen Gegner an, ergreife ihn mit Dreieck und drücke Dreieck erneut, um ein Messer zu benutzen. Die Verhörnung von Messern ist eingeschränkt. Wenn sie abgenutzt sind, zerbrechen sie. Verbessere ihre Haltbarkeit, indem du Trainingsbücher findest. Okay. So we have a fucking knife. Wie kann ich das anwählen? Achso, es ist quasi Dauer ausgerüstet. Ich kann es aber nur fürs Anschleichen benutzen. Ich verstehe. Puh, okay. Okay, okay. Bin ich hier oben durch, soweit. Und gehe hier mal runter. Was haben wir hier noch Schönes? Nichts wirklich Nützliches. Ai, ai, ai. Ja, ihr guten Leutchen, ihr müsstet alle nicht sterben, wenn ihr mir nicht hier in die Quere kommen würdet. So, ähm, ja. Hier geht es gleich weiter, vermute ich mal. Ich werde mal hier den Speichinger machen und diese Session beenden. Wir sehen uns gleich wieder oder beim nächsten Part. Ciao, ciao. So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Wir sind immer noch in dieser Lagerhalle und wollen jetzt mal durch dieses Tor da vorne schreiten. Habe ich da nicht was gesehen? Nein, das war ein Ventilator. Okay. Gut, dann, äh, open wir dieses Tor und schauen mal, was sich dahinter verbirgt. Halten. Oh, okay, ich halte. Okay. Der kräftige Joel zieht an den Ketten und das Tor hebt sich. Und ich? Schnell durch. Okay. Cool. Oh Gott, da wimmelt es ja. Da ist er. Dieser eingebildete Mistkerl. Bring mir es hinter uns. Okay, das heißt alle abmurksen oder was? Oh Gott. Oh, was war dieses? Das ist nicht verdammt lange, bis wir gekommen. Ja, tja. Keine Kontakte mehr im Norden. Keine Kontakte im Süden. Scheiße. Ich weiß nicht, wer uns doch was verkaufen soll. Deshalb machen wir wohl diese scheiße Bewacherjobs. Ja, ich gehe meistens klug vor. Ich hoffe es zumindest. Ich will den hier auf jeden Fall mal hier in den Rücken fallen. Ich will zu den Fässern. Wenn ich jetzt in den Fässern gehe, läuft der bestimmt los. Nee, passt. Da ist ein Messer. Ich weiß, ich habe aber schon eins, oder? Messer. Ja, habe ich doch schon eins. Danke. Ähm, ähm, ähm. Kann ich den hier angreifen? Hier ist sonst keiner. Bleibt der hier stehen? Oh, da ist ein Zettel. Den hole ich mir aber gleich. Erstmal mache ich den hier da. Bleibt cool, Mann. Immer mit der Ruhe. Wir erwürgen ihn mal. Okay. Kann ich den hier so liegen lassen, oder? Ja, muss ich holen. Ich sehe dir gern zu. Ja, ja. Sie sieht mir gern zu beim Töten. Ist ja auch Wahnsinn. Wahnsinn, die Select-Taste drücken. So, vergrößern. Damn soldiers. Okay. Wir verdeutschen mal. Halt. Äh, lesen. So. Die verdammten Soldaten haben eins unserer Schiffe entdeckt. Ich dachte, das war's. Aber dieser Robert kannte einen von denen. Er hat sie bestochen, damit sie uns in Ruhe lassen. Also ist er wohl doch für was gut. Der Penner kann quatschen. Hat uns ein Drittel der Ladung gekostet, und ich glaube immer noch, dass sie uns reingelegt haben. Wie zum Teufel haben die uns bei dem Nebel gefunden? Egal. Folgendes haben wir reingeschafft. Zwei Kisten Klamotten, sogar neue Jeans. Eine Kiste Klopapier, zwei Kisten gefrorenes Fleisch, kanadischer Bison. Eine Kiste Spirituosen. Okay. Interesting. Oh. Dieser Typ macht echt mit allen hier Geschäfte. Scheiße. Das sieht er denn doch. Das sieht er denn doch. Okay. Oder auch nicht. Sieht er denn nicht? Ja, jetzt sieht er ihn. War aber lang gedauert. So ein Knick in der Optik. Oder hüßt. Jo, jo, jo. Oh, shit. Hilfe, Hilfe. Tor aufs Maul. Bam. Zacka, zacka. Okay. Okay, wir haben ein Brett. Shit, 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 shit. Ich laufe mal weg hier. Lauf, 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 lauf. Und runter. Runter. Oh, Tess, bleib doch hier. Hör doch rauf. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020